Hallo, es geht um die Frage, warum ich Kopftuch trage. Jetzt kommt die Überraschung. Ganz einfach, ich trage Kopftuch dann, wenn es draußen windig ist und ich das Gefühl habe, ich hole mir die nächste Ohrenentzündung. Ja, so einfach kann die Antwort sein. Aber ich möchte jetzt ganz gerne mal wissen von dir, vielleicht kannst du es mir unten im Kommentar hinterlassen, was für ein Film gerade bei dir ablief. Was für ein Kopfkino lief gerade bei dir ab, als ich gesagt habe, warum ich Kopftuch trage. Und was hast du da so gedacht? Erstmal davon befreien. Also zum Hintergrund, einfach warum ich dieses Video jetzt aufnehme, folgendes ist passiert. Moment mal eben. So, Haare elektrisch aufgeladen. Wieso ich dieses Video aufnehme? Folgendes ist passiert. Ich bin mal wieder einkaufen gewesen und auf dem Rückweg kam mir ein Mann entgegen und hat mich bitterböse angesehen. Blick ging zum Kopftuch, dann in die Augen und dann weggedreht und weitergefahren. Nun ja, kann ja jemand schlechte Laune haben. Also gut. Das ist mir aber nicht das erste Mal passiert. Das nächste, was ich dann hatte, war, dass mich ein kleines Mädchen angesprochen hat, quer über einen Zebrastreifen, ob ich zu ihr kommen könnte. Sie bräuchte Hilfe. Und hat mir dann gesagt, sie hätte mich angesprochen, weil ich ja Kopftuch trage. Hat mich gleich gefragt, bist du Muslima? Ja, und dann habe ich so gedacht, okay Leute, irgendwo ist es so, dass wir ganz viele Vorurteile bei uns im Kopf haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch früher war. Oder ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt war oder ist. Also bei mir in der Kindheit war es so, ich bin immer rumgelaufen mit meinem Kreuz. Ich hatte auch immer Ohrenschmerzen und lief deswegen relativ häufig im Sommer wie im Winter mit Kopftuch in der Gegend rum. Hat zu Fragen geführt. Das heißt, meine Mitschülerinnen und auch Nachbarn haben mich angesprochen, kamen, warum trägst du immer Kopftuch? Ganz neugierig. Oder was ist das mit dem Kreuz? Ja, nun, ist das Schmuck oder was weiß ich? Nein, das ist kein Schmuck. Das trage ich aus religiösen Gründen. Schmuck ist es zusätzlich, aber ich trage es hauptsächlich aus religiösen Gründen. Kopftuch trage ich, weil ich zu Ohrenschmerzen neige. Warum erzähle ich euch das hier so groß und breit? Weil ich denke, dass es an der Zeit ist, dass wir mal alle einen Schritt zurückgehen und mal wieder ein bisschen neugieriger werden auf unsere Mitmenschen. Und dass wir uns vor allen Dingen selbst die Chance gönnen, Klischees zu hinterfragen, die sich so bei uns im Kopf abspielen. Wie oft hast du dir selbst im Laufe der letzten Woche Fragen gestellt über jemanden, anstatt sie dieser Person zu stellen? Und wie oft hast du dir selber Antworten gegeben auf die Fragen, die in deinem Kopf rumschwirrten, anstatt die Antworten abzuwarten, die dir dein Gegenüber sagen kann? Einfach mal drüber nachdenken. Würde mich freuen, wenn du das tust. Hinterlass mir doch mal einen Kommentar, wann es dir zum letzten Mal so gegangen ist, dass du gemerkt hast, ja, hier wirst du gerade unter ein Klischee gesteckt oder ja, hier hast du gerade selber ein Klischee angewendet und gedacht. Und vor allen Dingen, wann hast du das letzte Mal tatsächlich ein Klischee, mit dem du selbst in der Gegend rumgelaufen bist, einfach mal hinterfragt. Wann hast du jemanden, von dem du etwas Bestimmtes gedacht hast, gefragt und dann gewartet, ob du eine Antwort bekommst. Wenn du eine Antwort bekommst, kannst du deine selbstgestellten oder selbsterstellten Antworten ja dann nochmal hinterfragen. Ja, das war's für heute. Kurz und knackig. Bin mal gespannt, was du so dazu zu sagen hast. Hinterlass mir, wie gesagt, einen Kommentar. Freue mich, bis die Tage. Macht's gut. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017